So gut, dass er vorbeigeht, er müsste es eigentlich, denn auch Jakar Vala liegt zu weit zurück aus seiner Sicht, der Sieger von Klingenthal. Ja, mit dem Riesenflug könnte man auch hier noch ein paar Plätze gut machen. Ist er das? Ist das der Riesenflug? Ist er das? Ja, 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 ist es! Beim Stehen, Junge, 200 Meter. Wieder leichte Probleme bei der Telemark-Landung bei Jakar Vala. Die isl-gibändischen Trainer heute wieder in normaler... Ja, 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 ja.